Viele sagen ja immer, dass es vielleicht die Premier League ist, die die beste Liga der Welt ist. Ich finde, das ist längst überholt. Wir in Deutschland haben die beste Liga der Welt. Wir haben Topstars, wir haben kleine Vereine, die für Überraschungen sorgen. Wir haben den großen FC Bayern, wir haben die Dortmunder, die denen auch mal die lange Nase zeigen. Ich finde, wir sind eine super starke Liga und alle, die sagen, wir sind nicht die beste und stärkste Liga der Welt, die liegen leider falsch. Sport1.de ist für alle Sportverrückten, jetzt nicht nur Fußballverrückte und Wissbegierige, die Internetadresse schlechthin, weil da wird man immer absolut auf den neuesten Stand gebracht. Die Kollegen sind rasend schnell. Sport1.de ist jeder Sportbegeisterte, bestens aufgerufen. Alles für die Bundesliga, alles für dich, alles auf Sport1.